Servus Leute, neues Video auf YouTube, ich bin der Jonas, ich bin gerade am Autofahren und zwar fahren wir zur Chili Enduro Series 2023 am Geistkopf und ich werde das Rennen nicht mitfahren, sondern ich bin da im Orga Team dabei, heute ist aber schon Freitag bzw. Freitagabend, das heißt ich werde Samstag und Sonntag da fleißig mithelfen, habe aber die GoPro jetzt einfach mal eingeschaltet und wir schauen einfach mal was es gibt. Ich weiß nicht ob es Radfahraction für euch gibt oder ob wir einfach ein paar lustige Momente einfangen, einfach ein bisschen ein Behind the Scenes Chili Enduro Series am Geistkopf drehen und ja, ich weiß nicht was kommt, ich hoffe wir kriegen ein cooles Video zusammen und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video, ich bin gleich da und dann schauen wir was da abgeht. Let's go! So, gerade angekommen, jetzt gibt es erstmal Essen. Sehr geil. So, gerade, hallo, naja, super geil. 3 4 4 5 4 5 5 6 10 10 11 11 12 Ich sitze im Lift, Tag 2 von der Chili Enduro Series, ich muss gleich um 11.30 Uhr an der Stage sein, weil ich bin Stage Director von Stage 4, da schauen wir dann mal was abgeht, aber ich will vorher noch eine Lab auf dem Float Trail machen und fahre deshalb gerade mit der Bahn nach oben. Jetzt steht der Lift und es fängt an zu nieseln. Ich hoffe, dass ich nicht allzu nass werde, aber das werden wir gleich sehen. Für mich geht es auf jeden Fall auf dem Float Trail und dann schauen wir mal was es gibt. Danach geht es an die Stage. Mal gucken, wann die ersten Fahrer da kommen. Ich nehme euch einfach ein bisschen mit. Viel Spaß! So, jetzt sind wir auf dem Float Trail. Es nieselt oder regnet ergesagt. Also der Float Trail ist dieses Jahr nicht im Rennen drin. Deshalb kann ich den jetzt auch fahren, weil das Rennen läuft ja schon. Wir fahren gerade alle Stage 1 bzw. auch schon die 2 und die 3. Neuer Belag. Ziemlich rutschig an den Stellen. Wow, was da rutschig. Leckofanny. Wie geil ist es? Es regnet in Ström. Ich trinke Tee. Aber klatsch nass. Da ist meine Stage. Hier steht mein Rad. Fahrer sind keine da. Die sind wohl alle vom Regen geflüchtet. Ja klar musst du vorfahren. Hallo! Nick, was geht vor Stage 4? Gerade eben aus dem Maul geflogen. Jetzt sehr excited. Neues Laufrad, neues Glück. Kumpel. Kumpel! Lass uns mit Moppet Nagel. Komm, komm komm komm! Sollen wir da mal ein bisschen mehr Abstand lassen? Lassen wir mit ein bisschen mehr Abstand. Wir brauchen schneller Moppet. ich muss die gopro nicht ich muss die kamera an sehr gut ich muss ja dann kann es losgehen ich mache auch ein was sagen sie zu dem rennen hier bisher ist ein top rennen ich hatte leider schon stutzer auf zwei aber wir sehen auch linus ottisch mit dabei und von dem her bin ich gute dinge dass es noch ein gutes ergebnis werden kann das freut mich sehr letzter mann kann schon mal nicht sein wir machen einen clip 8000 watt minimum komm 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 oh je freunde gar keine lines ja hier muss man halt so irgendwie ja hier muss man halt so ja hier muss man halt so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja Leute, Tag! Zwei von der Chile Enduro Series Für euch geht es erstmal auf eine Strecke und zwar war ich heute Morgen an der Stage 6 und habe ein paar Leute gefilmt Da schauen wir jetzt zuerst hin und danach war ich wieder als Streckenposten an der Stage gestanden Und das schauen wir uns jetzt an und dann geht es weiter, bis später Wie war es bis jetzt? Eigentlich gut, eigentlich hat es Spaß gemacht Aber war es schon fahrbar bis jetzt? Jetzt war es fahrbar, gestern lief es eigentlich gut bei mir, also ich fand es eigentlich gut Geil, einfach mal Na, jetzt gehst du einen Burger essen und ein Bier trinken Ja, echt Sehr gut Schön Jawohl Hallo Media Boys Jo Patrick Sturm, was geht ab? Gute Conditions für gute Footage Media Guys, am Start, was geht ab? Spotsuche Spotsuche Bin gespannt, was gestern noch neu gemacht worden ist Gutes Wetter, oder? Zum Schupen auf jeden Fall cool, ja Cool, ja Ja Bisschen dunkel fast Aber Läuft Cool Sieht gut aus Auf geht's Geil Sehr gut Jawohl, sehr gut Jawohl, auf geht's Schwung mitnehmen Komm Jawohl, sieht gut aus Jawohl Sehr geil Sehr gut, auf geht's Geil weiter, komm Auf geht's Sehr gut Jawohl Jawohl, sehr gut Komm du bist weit Jetzt geht's gut Juhu Entschüss Wurz Hust Quart Wurz 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 ja super, auf gehts, gleich geschafft sehr gut, auf gehts, gleich geschafft woooo 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 alle die gerade Komm, 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 komm Komm, komm, komm Let's go Hallo, Nick Willner. Mr. Proper. Mr. Proper. Was geht ab? Stage 8 jetzt. Stage 8. Moppet. Stage 6 war schon Limit heute. War Limit? Komplett Limit. Slip and Slide. Nur gelaufen, Alter. Gelaufen? Marathon war das, Alter. Kompleter Marathon. Kompleter Marathon. Geil. Kleiner Stage, ey. Sehr gut. Geil. Ja, jetzt holen wir, was besser wird, ne? Na ja. Hat er jetzt. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Freddy, wie läuft's? Schmierig. Schmierig. Schmierig, schwierig. Auf Tim. Komm, komm, komm. High Gravity. Wo ist Max Fritz? Verletzt zu Hause. Leider, leider. Der Kerl, ey. Auf geht's, Vinos. Komm, 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 komm. Was? Auf geht's. Komm, 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 komm. Wie läuft's, Jasper? Heute finde ich ganz so gut wie gestern. Mein großes Ziel war eigentlich nicht zu stürzen. Ich glaube, das habe ich heute mit sechs oder sieben Runden gewonnen. Deutlich widerlegt. Nice. Hört sich gut an. Aber jetzt wird Fahrrad gefahren. Schön runtergeflogen, locker bleiben. Sehr gut. Ja. Guter Plan. Das ist der Plan. Sehr nice. Auf geht's. Komm, Jasper. Auf geht's. Komm, 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 komm. Erzähl, wie läuft's? Er ist durchwachsen. Durchwachsen. Ja. Wie waren die Stages? Ah, ganz gut. Stage 6? 6 war eh so, na, weißt eh. Und auf der letzten jetzt ein bisschen die Eier angeschlagen, ein bisschen mies und einmal gekreiselt. Aber ja, passt schon irgendwie. Aber eher so rumgestuhlt manchmal. Dann wird's besser auf dich jetzt. Ja, dann wird es drauf spekuliert, dass das jetzt mal läuft. Sehr gut. Wir können's los. Viel Spaß. Let's go. Wie läuft's? Wie läuft's? Ja, ganz gut. Auf der ersten Stage habe ich meine Hose verloren. Die ist auf die Knie gewesen. Aber die Fans haben sich gefreut. Sehr gut. Und du, wie läuft's? Ja, also Stage 6 war jetzt nicht so der Hammer. Aber jetzt hier Stage davor war gut Gas. Und jetzt halt nochmal alles geben. Geil. Sehr gut. Ja, Leute. Flutterband hängt noch an der Freeride. Deshalb mache ich jetzt nochmal schnell eine Abfahrt, bevor es weg ist. Der Schlussfahrer, der Niklas, ist nämlich gerade hier schon durch. Ich sitze noch im Lift, muss mich jetzt echt behalten, dass ich noch mit Flutterband fahren kann. Und für euch nochmal eine Strecke vom Rennen hier aufnehmen zu fahren zu können. Und ich nehme euch mit. Viel Spaß. Let's go. Danke. Oh Gott. Ich bin so. Ich bin so. Ich bin so. Ich bin so. Oh, das war's. Ah! Servus! Servus! Oh god! Oh god! Oh god! Oh god! Yahoo! Yay! Alter! Wow! Hilfe! Das kann ich gar nicht! Wie war's? Gut. War gut. Hat Spaß gemacht. Ja ganz toll. Was war los? Stage 6 war super. Sehr gut. Einmal Achtung. Schön. So. Eventgelände zwei Stunden später. Wir haben alles abgebaut. Gerade noch in den letzten Zügen. Und dann gehts nach Hause. Und wir sehen uns am Rest das nächste Mal wieder. War geil? Hat Bock gemacht. Bis zum Rest den Pass. Ciao.